Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergfreunde, zum Builders of Eternity, der zweiten Staffel. So, wir sind auf der Grabesinsel, für hier Varias. Weil hier Varias unbedingt auf die Grabesinsel will. Also, gehen wir einfach mal auf die Grabesinsel, für hier Varias. Und finden hier Pöfgras. Moment, Pöfgras. Ja, und hier Varias können wir auch mal wieder in den Nahkampf schicken. Du trittst durch einen Durchgang in einen unterirdischen Tunnel. Eine Treppe windet sich nach oben zu einem dunklen Gang. Auf der oberen Ebene dringt Licht durch die eingestürzte Decke. Eine Mauer aus Steinhaufen und Schutt blockiert den Weg. Den Schutthaufen untersuchen. Für dein aufmerksames Auge sieht der Schutt gefährlich instabil aus. Die Felsen scheinen durch bloßen Zufall zusammenzuhalten. Wenn man nur einen davon bewegt, könnte alles einstürzen. Den Schutt lockern. Die Steine sind schwer und scheinen eng ineinander verkeilt zu sein. Die Steine selbst entfernen. Du ziehst uns her, kannst den Schutt aber nicht lösen. Palegina? Palegina zieht uns her, kann den Schutt aber nicht lösen. Ein Brecheisen. Du stimmst dein Brecheisen gegen einen großen Stein und drückst mit aller Kraft dagegen. Es gelingt dir, den Fels zu lösen. Er rollt mit einem tiefen Knarren davon. Andere Brocken und stückische Schutz beginnen abzubrechen. Der gewaltige Haufen knarrst und echt so tot, 1000 Steine auf dich niederzuhageln. Als der Schutt hinabrollt, springst du durch die immer enger werdende Lücke. Kanna ist jedoch nicht schnell genug und verschwindet hinter den abstürzenden Steinen. Aus einer Stammfolge taucht Kanna gekrümmt auf und hält sich hier eigentlich seine schmerzenden Rippen. Nicht starte den Tunnel vor dir. Es wird immer heller. Je weiter du gehst, bald endet der Gang hoch über den Klippen der Grafinsel. Ja, und Kanna hat jetzt gebreite Rippen. Ja, du trittst durch den Durchgang in einen durch schon versperrten Gang. Eine Wendetreppe führt in ein tiefer geniegendes Stockwerk, wo eine feuchte Seebrise sich mal als Jahrtausende im alten Staub vermischt. Nicht starte den Tunnel vor dir. Es wird immer heller, je weiter du gehst, bald endet der Gang an der Küste der Grafinsel. Das war vielleicht jetzt unnötig, dass wir das so machen. Schriftrolle Mondquelle und Geld, okay. Und ja, wir gehen gerade Leichenplünderung, fällt mir gerade so auf. Oh, die kann... Einfach so versteinern, ein wilder Gebiet. Kommt jetzt angerannt. Schatten halten zum Lieblingsmehr aus. Kutte, Geisterweste... Oh. Letzte Klinge der weißen Esse. Was ist das für ein Schwertchen? Vergleichen wir es mal. Er ist auf jeden Fall weniger wert als mein aktuelles, was man hier ziemlich gut sehen kann an dem ganzen Zeug, was es kann. Plus 20 Angriffsgeschwindigkeit, Schaden 17 bis 25, weil es außergewöhnlich ist und nicht nur gut. Ja, für außergewöhnlich bräuchte ich ein Vitra-Kirn. Und das könnte ich sowieso nicht. Außergewöhnlich und Geschwindigkeit hat es. Ne, ich verzauber das mal nicht. Mein Schwertchen ist mir lieber. Ich glaube auch langsam, dass wir Fürster des Jenwalds wegpacken können. Wir sind eigentlich recht gut gegen Geister mittlerweile. Wenn man von Geistern redet. Ich bin auf der Straße. Wir nehmen auch fast keinen Schaden mehr. Durch die Geister hier. Gräberfelder, Gräberfelder, versperrte Passage. Ja, ob wir unbedingt schon da hoch müssen, ist die Frage. Weil ich glaube, da oben ist eher der Durchgang, wo wir am Schluss hin müssen. Oh, hier sind versunkene Ruinen sogar. Hungriger Stay-Gier. Skiven. Der Mauner vor dir steht stolz und regnet uns da. Er lächelt breit und zackt dabei mehrere Schiefe sowie fehlende Zähne. Er zeigt fehlende Zähne. Gut. Sein Körper ist der eines jungen Mannes, doch seiner Schöpfters und feindliches Gesicht scheint älter zu sein. Er ist ein Sammelsurium aus zusammengefliegten Fähnen und Pelzen von den unterschiedlichsten Tieren gekleidet. Von seinem Gürtel hängen mehrere blutige Skalps und Fingerknochen geflochtene Haarsträden von Menschen, Edirern, Zwergen und Orlanern. Er muss natürlich mit einem grinsen, doch sein Blick kommt rasch auf Hivarias zu und er neigt den Kopf, als er den Orlaner von Kopf bis Fuß betrachtet. Bin ein Mann nicht kleiner, dein Geruch ist mir vertraut, doch dein Name nicht bekannt. Ich bin Hivarias, Kind der Fischerkrane, Adept der Hauke und Ivie, Wanderer von Aretha. Zu formal? Hivarias tritt vor, streckt die Brust heraus und verschreckt die Arme. Ich bin Hivarias, Kind der Fischerkrane hier, Adept des Haarbicht- und Efeuzirkels, Wanderer von Aretha. Seine Stimme ist lauter Triumphal, doch kaum hat er seine Vorstellung abgeschlossen, tritt er einen Schritt zurück und flüstert hierzu, zu formell. Der Mann vor euch räuspert sich, ein katzenartiges Goldtief auf seiner Brust. Einen Augenblick lang stellt er seine Haare auf. Hivarias, passend. Er steckt seine rechte Hand aus und beugt die Finger. Lange, schwarze Krallen schießen unter seinen schmutzigen Fingernhängen hervor. Er rollt den Kopf nach hinten und atmet tief ein und seufzt lächelnd, als würde er einen wohligen Geruch wahrnehmen. Du musstest Freunde mitbringen, ja? Hivarias, kennst du diesen Mann? Warum interessierst du dich für meinen Freund? Schweigen, aber sie beide beobachtend. Du entspannst deine Augen, bis dein Verstand in der gleichen Frequenz schwingt, wie das unsichtbare Summen der Seen. Der Armandabrunner initiiert eine blendende Aura aus Rot, Gold und Orange. Der Herbstschein umgibt seine gewaltige Gestalt. Wo seine Füße den Boden berühren, siehst du ein Netzwerk aus Wurzeln und Adern, das von seinen Füßen ausgeht und tief in der Erde versinkt. Du blickst zu Hivarias und siehst Wurzeln aus seinen Füßen ragen, wie Spiegelbilder der Ranken, die aus Gatten wachsen. Diese Wurzeln der Seen Energie treffen sich zwischen den zwei Männern und schlängeln sich dann als eine knorrige Wurzel tief in die Erde. Du spürst, dass diese zwei Männer getrennte Seen besitzen, aber eine gemeinsame Vergangenheit. Sie sind ein Abzweig in einer ansonsten durchgehenden Linie. Ihr zwei, drei, dieselbe Vergangenheit tragt aber getrennte Seen in euch. Wer bist du? Nehmen wir dir eins. Eine gemeinsame Vergangenheit. Skaftan kratzt sich an seiner fernbesetzten Wange. Eine holprige Analogie. Der, der ich in meinem letzten Leben war, wurde in meinem Kreislauf der Wiedergebot verringert. Vergeudet, damit dieser Kümmerling leben kann. Kümmerling? Hivarias runzt die Stirn und balzt die Fäuste so fest zusammen, dass du eine Kakophonie knackender Fingergelenke hörst. Und es ist nicht deine Seele. Nun ja, nicht direkt jedenfalls. Er stolpert über seine Gedanken und sein Zorn verpufft. Hat der Helps, denke ich, hat dich aufgesucht. Was willst du von Hivarias? Ich sag immer Hivarias, er heißt ja Hivarias. Ich hab das R immer übersehen und niemand kennert mich auf. Hivarias, hat der Helps der Gier dich aufgesucht? Aufgesucht? Geprüft? Geformt? Das wäre die richtige Sichtweise. Skaftan blickt Hivarias abfällig an. Ich dachte bisher, es sei eine Auszeichnung, doch anscheinend kann sogar ein halbwüchsiger Halbmann sie erlangen. Das nimmt ihr doch einiges von ihrem Glanz, will ich meinen. Halbmann, Hivarias, blickt ihn zornig an. Sein gutes Auge zuckt und sein Fell sträubt sich. Große Worte von einem Mann, der gleich an seinem eigenen Blut ersticken wird. Was willst du von Hivarias? Dasselbe, was er von mir will, Vervollständigung. Er atmet langsam aus und beobachtet Hivarias. Galloway hat uns beide mit dem Streifen eines wahren Raubtiers gesegnet. Es ist unsere Bestimmung, die Schwachen auszulöschen und dafür zu sorgen, dass nur die Starken sich vermehren. Er schlägt mit einem dumpfen Geräusch die Fäuste zusammen. Wir müssen unseren Gott, er blickt Hivarias Augenklappe an und schüttelt den Kopf. Mein Gott ehren, indem wir tun, was der Hund gebietet. Stellen wir fest, wer das Recht hat, Gallowayans Worte zu sein. Ich habe nicht darum gebeten. Wail hat dich zu diesem Augenblick geführt, damit du verstehst, nicht damit du jammerst. Du hast Galloway um Stärke gebeten und bist zornig, dass du mehr bekommen hast, als du wolltest. Ja, irgendwie bin ich immer noch mehr auf der Galloway-Seite, weil Wail finde ich seit dem zweiten Teil schlimmer als Galloway. Aber wenn ich Galloway nicht mag... Deswegen Galloway. Du hast wohl recht. Er rötet angesichts der Bemerkung, blickt zu seinen Füßen. Mir fehlte Stärke und ich bat Galloway um Hilfe. Und eine Lektion, die er mich lehrte, war... Bitte nicht, nimm. Also bitte nicht, sondern nimm. Seine Hand fährt in seinen Wams und holt sein verrostetes eisernes Hunde-Amulett aus seiner Tasche. Ich war zog auf Galloway. Ich hätte zornig auf mich selbst sein müssen. Ich habe Macht erhalten, große Macht. Und ich habe meine Energie darauf vergeudet, den Preis für diese Gabel zu verfluchen. Den Kontakt zu meinem Stamm zu verlieren, das war der Preis dafür, Macht zu erbitten. Er gleitet mit dem Daumen über die eingeprägte Metall-Ikone von Galloway. Sein Nagel kratzt ein Jahrzehnt Rost und Schmutz weg. Meine Wächterfreundin, seine Stimme ist tief, fast Gold. Ich muss diese Angelegenheit klären. Und damit springt er aufs Gatten zu. Ich bin bereit. Okay. Hungriger Stegger, hungriger Stegger. So. Die Ravias schnauft und keucht sein eigenes gutes Auge und blickt stau aufs Gattens Leichnam. Er wippt seinen Fußballen vor und zurück, während von seinem Fell Blut und Schweiß herabtropfen. Vielleicht erwartet er, dass sich der Leichnam wieder erhebt.